hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute gibt es die auflösung des abonnent des monats januar und heute haben wir zum ersten mal einen doppelgewinner und ja diese beiden gewinner die am aktivsten waren in vier wochen jetzt sind am alt der textbox kp und mc-gandler 777 die waren beide jeweils zweimal abonnent der woche und also jeder zwei wochen am aktivsten und deswegen gibt ich daraus dass beide gleich aktiv waren und deswegen ist heute ein klein doppelgewinner und ja wie gesagt das prinzip ist wir haben am ende des jahres am meisten abonnent des monats war er kann sich etwas wünschen was ich machen soll oder irgendwie was halt einfach was als eine belohnung halt aussuchen oder so halt damit ist das auch schon gewesen von diesem kleinen video jetzt eine minute aber was soll ich noch dazu sagen von und können auflösungen wenn euch das video gefallen hat lasst eine positive bewertung da abonniere nicht vergessen und tschüss